Vielen Dank für dieses wunderbare Konzert. Das Programm, war das eigens für diesen Abend? Eigen geübt, zusammengestellt? Nein, das waren natürlich reiche und bessere Stücke. Das spielen wir oft. Alle anderen Stücke haben wir zum ersten Mal gespielt. Also der Kreuz und der englische Komponistbobel. Für uns war es sehr speziell, weil das war für mein Ensemble eine Premiere, Stücke zu spielen. Toll, herzliche Glückwunsch. Also die Premiere ist ganz hervorragend angekommen. Dankeschön. Und wenn ich Sie direkt fragen darf, waren Sie schon mal hier in der Region? Ich habe sogar in diesem Kölkchen schon einmal gespielt. Das ist ein paar Jahre her, zehn oder zwölf Jahre. Und ich habe nie vergessen, so eine wunderbare Kirche und vor allem Atmosphäre. Und wenn es voll ist, wie heute Abend, also immer sehr gerne willkommen wieder. Ja, die Akustik ist, denke ich, recht gut. Und ansonsten, Sie haben in Berlin gearbeitet? Ja, ja, ein paar Jahre. Aber davor auch in Bamberg und in München. Also nach 13 Jahren in Deutschland. Ich bin jetzt wieder zurück in meine Heimat, in Prag. Aber ich komme sehr gerne zurück nach Deutschland. Also ein Europäer. Zum Spielen. Nein. Doch, das Herz ist in einer goldenen Stadt. Ja. Ja, das ist ja auch verständlich. Ich bin jetzt in der Vergangenheit. Ich bin jetzt in der Vergangenheit. Ich bin jetzt in der Vergangenheit. Vielen Dank.